Emotionen, Sinnlichkeit, Skandal, Sensation. 1922. Die Welt ist in Aufruhr und in Europa herrscht eine künstlerische Aufbruchsstimmung. Coco Chanel und der Jazzer Charlie Parker treffen in Paris auf den bekannten Komponisten und Dirigenten Igor Stravinsky. Verschiedene Kunstformen und Musikstile, von Klassik bis Tango, inspirieren sich und verschmelzen. Le Grand Rituel ist eine Zeitreise in die 1920er Jahre. Musik, Tanz, Artistik, Kunst, Kino und Kulinarik werden gemeinsam erlebbar und verschmelzen zu einem Klassik-Spektakel. Das Musikkollegium Winterthur organisiert dieses einmalige Festival in einer spektakulären Industriekathedrale. Der Halle 53. Ein Erlebnis, das es so schweizweit noch nie gegeben hat. Widmen Sie dem Spektakel einen festen Platz in Ihrer Agenda. Musik 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 Musik